hallo meine freunde und herzlich willkommen zu meinem neuen video zu meinem ja mittlerweile 190 sind video ist das glaube ich ja freunde das ist nur eine ganz kurze ankündigung wieder und zwar heute abend wird wieder ein röntgen harz an obst gezockt wer das spiel noch nicht hat und heute gerne mit dabei sein will kann sich das natürlich kostenlos runterladen ich habe wie immer oben in der video beschreibung verlinkt das ganze geht um 19 uhr los bis 21 uhr habe ich mir überlegt wenn ihr im spiel seid einfach in der freundesliste wilhelm eintragen dann findet ihr dann ganz leicht und ja also von der zeit her ist da denke ich auch für sonntag ganz gut man da so ein bisschen eher anfängt ich will ja auch nicht dass ihr montags morgens wie ein zombie in der klasse sitzt und vom unterricht dann nichts mitkriegt hat ist klar deswegen habe ich da so ein bisschen vorfall liegt ein bisschen früher das ganze wie gesagt ich freue mich wenn ihr wieder mit dabei seid heute dann auch noch ein stündchen länger habe ich mir überlegt und ganz liebe grüße auch noch mal an alle die beim letzten mal mit dabei waren wie zum beispiel xo feuersurfer und ebaboe wie gesagt dann soll es von mir erst wieder gewesen sein ich freue mich auf euch dem rest wünsche ich natürlich noch einen wunderschönen sonntagabend und allen natürlichen guten start in die neue woche und vergesst nie zum zocken ist man zu alt euer wilhelm